brauchen wir von den normalen Dingern hier welche von da von welche, hier von welche so, so sorry, das soll hier nicht rein so so und so oder so genau, nehmen wir 16 Detector Whales, hab ja sowieso gut, nichts anderes und jetzt brauchen wir noch hier so eine Steuerschiene eine in der Mitte und zwei oben druck eine in der Mitte zwei oben druck und paar Boosterschienen Lauf, wo ist Lauf, 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 Lauf da ja, damit so da ich genug von dem Beton noch nicht habe mach ich mir noch was dann soll das fertig werden das kann rein, das kann rein, das kann rein müssen wir gucken, wie wir diese komischen äh, Holz äh, Betten da machen wie gehen die denn nochmal hier also, okay, damit, damit und hier Teerölfläschkes alles klar machen wir erstmal noch das hier doch richtig, oder nicht? ach ne, nicht ganz ähm das ist nicht ganz richtig so ist richtig und dann nehmen wir eine was fehlt denn jetzt hier eins, zwei, drei, vier, komm dann nimmst du das und dann passt das schon tun wir die restlichen hier rein, die ich nicht brauche das kann hier rein das kann hier rein, die Detector Whales kommen hier rein Item Endlader kommen hier rein wirst du noch Gagga von wirst du nur Gagga von damit auf jeden Fall das da jetzt langsam fertig wird dann kommen da oben noch ein paar Solarpanels das ist doof äh, Bedbox und paar Transformer und dann sollte das hier schon passen so äh, ne, du musst andersrum deswegen auch die Fackeln mit das ist ja die Fackeln na, tun wir sie mal hier nehmen Fackel das Holz und die Schiene das gleiche gilt hier da ist, äh wo ist die denn jetzt auch falsch rum? ach, die geht ja nur in eine Richtung die muss ja auch andersrum oder so da haben wir hier hinten wenigstens alles weg weil die muss nämlich auch in die Richtung gut die müssen da innen zeigen, das passt dann kommt der hier hochgefahren fährt hier lang, aktiviert den hier fährt da lang, aktiviert den und fährt wieder so rum richtig? äh, weiß ich jetzt gar nicht kann man das mal austesten? äh wird schon klappen so, die Western Fackel, die muss da hin genau und dann kann ich nämlich sagen so, so, so mal eben hier ein paar Boosterschienen dann machen wir eins, zwei, drei, vier dann machen wir wieder ein paar Boosterschienen so sollte das ich krieg das irgendwie schon hin sagen wir das mal so irgendwie kriegen wir das hier schon gebacken Fackel in die Mitte um drauf wieder Kürbiszorne machen wir hier so also das geht ja jetzt hier nicht da war ja was da war ja was so muss das ja dann machst du hier vorne nochmal damit du den Willen in Ruhe hast da, 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 da das mal hier nur aus dem guten Willen hier mit dem Cobblestone das könnte ich auch einfach so lassen aber soll ja ein bisschen besser aussehen so 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 da der auch wieder zurück muss brauchen wir natürlich auch einen richtig Schub ne keine Steuerschiene sondern Boosterschiene was habe ich denn jetzt da wenn du will ne ich brauche den mit Behutsamkeit der ist das kann der nämlich weg hier das kommt weg dann machen wir mal so da kann es richtig bleiben da ist ja sowieso Gras genau komm so Gravel umdruck genau ab hier runter wird es dann wieder anders sein da kommen wieder Halteschiene etc da das wieder läuft mal gucken wie weit der denn hier ist beziehungsweise wie viel du an dem Ding noch fertig schon wieder ist doch nicht wahr schon wieder abgestürzt dann würde ich sagen sehen wir uns gleich bald dem nächsten wieder bis dahin euer Flash-Uterbe bis gleich und herzlich willkommen hier auch zurück zum Spiele und herzlich willkommen natürlich auch hier zurück zum Dyerwolf Singleplayer Projekt ja in der letzten Zeit ist viel mit Dyerwolf passiert denn bei mir ist das mal so ein bisschen abgeschmiert und das Problem war dann halt hm was machst du der Fehler kommt immer wieder wenn du da in die Ecke gehst habe ich natürlich versucht das irgendwie irgendwie wieder zu beheben habe es dann natürlich auch irgendwann geschafft das Problem herauszufinden und das Problem ist da vorne das Loch jetzt will ich hoffen dass es nicht abstürzt wenn wir da hingehen nein das Loch hier hat uns Probleme gemacht hier waren Pipes hier drin die ohne lang gingen und als der Wagen immer vorbei fuhr und der das Wasser sowie die Lava abgepumpt hat hat er einen Fehlercode rausgeschmissen denn der Wagen hat versucht Wasser in den Lavatank reinzupumpen und umgekehrt das ist auch passiert immer das heißt ich habe immer eine andere Position bekommen in der Höhe die und halt von der Links- und Rechts-Koordinaten und ist dann halt so kaputt gegangen ja den Rest habe ich dann halt hier wieder hingesetzt habe es dann wieder zusammengecraftet habe mir dann die Zeit genommen machst du wieder alles richtig die Bäume musste ich natürlich wieder alle neu züchten Bienen neu züchten das war halt dann der schwierige Aufwand den ich dann dabei hatte ist aber jetzt Gott sei Dank alles behoben worden und ich kann mich sozusagen glücklich schätzen habe dann aber durch einen kleinen Fehler gemerkt hm ja es ist immer noch Mass Fabricator der ist nämlich eigentlich von hier nach da hinten hingewandert meines Wissens nach glaube ich oder hatte ich noch einen hier stehen ich weiß es gar nicht wenn er in der Ecke stand stand er da in der Ecke ich weiß es gar nicht ja oder er stand da in der Ecke genau da war ja was den hatte ich ja noch übrig gehabt da sollte ja noch ein bisschen Strom dran das war halt dann das Problem was ich dann da immer hatte dann habe ich das dann jemand abgesprochen wie kannst du es machen ja er sagte einfach nimm doch mal ein altes Backup geh an die Position guck was es ist baue es ab und spiele es nochmal über habe es dann natürlich ausprobiert hat es auch natürlich auch funktioniert fand ich auch ziemlich klasse den Tipp und ich mache jetzt immer vor der Aufnahme immer ein Backup dass ich halt die Welt immer habe aber jetzt um das große drum herum zu labern und bevor ich mich immer hier verirre und irgendwie nur scheiße mache müssen wir erstmal noch ein paar Uranzellen craften denn da hinten ist Empty soweit ich weiß da brauchen wir nämlich drei Uranzellen hier vorne nochmal drei Stück danke ich will mal hoffen da hat er noch drei von hä warum spinnst du jetzt hier rum Kraft äh da vierfache Uranzellen die wollte ich doch haben habe ich gar nicht die zweifache drin dann muss ich mal eben grad schauen doch da ist die zweifache alles klaro weil die müssen nämlich da hinten wieder rein damit wir halt das Atomkraftwerk noch ein bisschen weiter starten können habe mir dann vieles auch dann in der Zwischenzeit ein bisschen Gedanken gemacht was kannst du noch bauen wie kannst du noch weitermachen habe dann auch gesehen bei der letzten Kopie die ich hatte war dieses Loch ja natürlich größer und dieser Weg entstand hier noch nicht und äh Jetpack habe ich an ja und darüber hinaus der Gang in dieser Kopiewelt sitzt weiter links bevor wir da wieder gleich dahin laufen müssen machen wir das jetzt dann habe ich das wieder nichts hinter mir da sehen wir dass der Weg ein breiter ist und weiter links von hier aus weiter läuft damit das halt bündig von dieser Mauer da ähm funktioniert dachte ich mir so ah das ist jetzt nicht so schlimm ist ja nur ein weiter nach links ist ja auch wirklich so nur das Loch ist halt ein bisschen kleiner als ähm zum Vorgänger äh macht jetzt auch noch keinen großen Unterschied da werde ich sowieso gucken wie ich das dann baue oder reinbaue das soll ja sozusagen das Umkraft äh das Umspannwerk sein Schmetterlinge Schmetterlinge und noch ein aber ich habe in der letzten Zeit ein bisschen viele Schmetterlinge gefangen die mir ein bisschen auf den Keks gingen so dann kommen wir auch natürlich hier wieder raus und an unserer Fabrik MFSU und alles umgeschrieben der Raum hier ja der Raum den habe ich nämlich noch nicht umgeändert den müssen wir noch umändern das machen wir nämlich auch sofort machen wir gleich sofort mit dann haben wir das nämlich hinter uns äh das sollte jetzt nicht so sein so machen wir das nämlich gleich als erstes mit beziehungsweise müssen wir auch noch Sachen räumen zumindest dass das Ding schon mal nicht an ist ja das ist nämlich schon gekappt dann ist das nämlich aus dann ist das auch besser so weil ich habe nämlich nachher keine Lust wenn ich jetzt hier dran gehe oh und sehe ist kaputt hier ist alles in der Luft gesprengt nur weil ich einen Fehler gemacht habe ja sind auch alle aus gerade so da sind die Zellen auch da tun wir schon mal die vier neue rein und sagen hier schon mal Kabel weg na komm was ist das für ein Drill das ist doch der mit Effizienz na krass so pinkes Kabel da komme ich nicht von hier so ein bisschen schneller dran naja so geht es doch etwas schneller oh das darf ich nicht abbauen das muss ich wieder hin nein Kabel dauert aber etwas länger abzubauen sehe ich so so kommen wir da etwas noch hin ja weil das muss ich ja alles hier ändern hier wieder damit das halt besser läuft Dankeschön einmal da einmal da hier lassen wir nochmal eben und der kann ja auch schon weg so machen wir nämlich das eben noch fix fertig damit das auf jeden Fall wieder starten kann und wir wieder geht es gleich